Hallo! Herzlich Willkommen bei Thermomix mit Claudia. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir haben heute wieder mal etwas ganz Besonderes für euch. Ich möchte mich als erstes ganz herzlich bedanken, wie ihr es im Titel schon gelesen habt. Wir haben 5000 Abonnenten geschafft. Danke an euch dafür, wirklich für eure Motivation, für den Zuspruch, für die nette Kommunikation mit vielen von euch, dass ihr uns regelmäßig anschaut, dass ihr uns treu seid. Das freut uns total und wir wollen euch da natürlich etwas Druck geben. Wir haben uns ein unserer Meinung nach großes Riesengewinnspiel ausgedacht. Wir haben aber da auch tolle Unterstützung bekommen von unter anderem Wundermix und Lukoma. Da möchte ich mich wirklich bei beiden total bedanken, weil ohne diesen beiden Firmen hätten wir das Gewinnspiel nicht. Die haben uns ganz viel zur Verfügung gestellt, damit wir das an euch verlosen können. Und aus diesen beiden Firmen, die Produkte, die wir gekriegt haben und ein paar Dinge von uns, die wir noch beisteuern, haben wir eben jetzt drei Pakete zusammengestellt. Die werden wir euch jetzt dann gleich genauer erklären. Und wie ihr gewinnen könnt, was ihr dafür tun müsst, das erfahrt ihr dann am Ende. So, das ist eben unser Paket Wundermix, also Paket 1. Ihr seht so eben die Reinigungsbürste, den Thermoslider und Gewürze und Tee von Lukoma. Dazu kurz eben, also bei der Reinigungsbürste, die ist grün und ihr seht so, es bitte nicht verwechseln mit einer Klobürste, die ist zum Reinigen vom Thermomix, ist echt super genial. Der Thermoslider, dazu auch noch kurz was, recht herzlichen Dank, extra nochmal bitte da an Wundermix für diese Zusammenarbeit, weil es ist, soweit wir wissen, das erste Mal, dass der jetzt für ein Gewinnspiel zur Verfügung gestellt wird und das eben für euch. Er ist Alpin Weiß, es ist der Thermoslider MV2 und ist eben für einen TM5 und TM6 geeignet und den haben wir auch zum Beispiel schon getestet für euch, er ist wirklich super und ich wünsche euch da ganz viel Glück schon mal. Da haben wir eben dann, da auch noch mal recht herzlichen Dank, die Gewürze und Tee vom Lukoma. Da haben wir unter anderem den Tee Monalight, also ein Männertee ist das zwar eigentlich, aber ich muss sagen, ich habe mir auch schon getrunken, er ist super lecker, da seht ihr auch mal so grob, was sich da drinnen befindet und dann haben wir da ein Gewürz Thymian gerepelt und dann haben wir noch eine Regenung gerepelt. So wie gesagt, das war eben jetzt oder ist unser wunderbares Paket 1 mit dem Titel Wundermix, dazu eben noch den Gutscheincode nochmal für Wundermix, den findet ihr eben auch unten in der Videobeschreibung, einfach aufpassen, zwecks der Schreibweise, heißt Thermomix mit Claudia, großes T, großes M und großes C. Einfach nochmal nachschauen, ihr spart euch 5% auf dem Einkauf. So und das Paket 2 ist von Lukoma. Da möchte ich mich jetzt mal recht herzlich auch bei der Franzi und beim Roland nochmal bedanken für die zur Verfügungstellung von den Produkten. Wir haben da unter anderem als erstes mal dieses Promo Set, das Starter Set von Lukoma eben mit diesem Kochbuch, man sieht das da schlecht in der Verpackung, mit die Starter Gewürze, also von jedem Gericht ein Gewürz, Compound eben, da haben wir einen großen Compound Kochsalami, großer Compound Weißwurst, also da kann es gleich mehr in die Produktion gehen sozusagen. Dann haben wir da einmal das Gewürz Flame, das ist mit grünem Chili, dann haben wir da eben einen geräucherten Paprika und zusätzlich zu dem Lukoma gibt es eben noch von Wundermix diese Springform für den Varoma, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben und da kriegt ihr von uns noch, das ist von unser kleines Gutti oben drauf, ein Thermomix Kochbuch für die Partyküche. So, zu dem Paket möchte ich jetzt auch noch kurz den Gutscheincode mit euch teilen, ihr spart euch 15 Prozent auf jeden Einkauf bei Lukoma mit dem Gutscheincode Thermomix mit Claudia, ihr findet den auch wieder unten in der Videobeschreibung. Und das dritte Paket heißt Claudia, das haben wir eben Claudia benannt, weil ihr von mir diese Welle zur Verfügung gestellt kriegt, das heißt ich habe ich besorgt, wir stehen da in keinerlei Zusammenhang jetzt in dem Gewinnspiel mit Vorwerk, das ist eigens von uns zur Verfügung gestellt, wir haben da den Spatel von Wundermix haben wir noch dabei, das ist der kleinere, der mit 28,5 cm Flexi-Spatel in grün und von Lukoma kriegt ihr da noch dazu einen leckeren Tee und zwar den Hexenkräutertee. Dann diese Gemüsesuppen, eine Gemüsebrühe, die kann ich auch wärmstens empfehlen ohne Zusatzstoffe. Und ein großes Gewürzkombound für bayerischen Leberkäse und da kriegt ihr natürlich das passende Rezept dazu. So, nachdem euch jetzt alle Pakete vorgestellt haben, wollt ihr natürlich wissen, wie könnt ihr mitspielen, ist ganz einfach, da unten findet ihr einen kleinen Pfeil, direkt oben dem Abonnierbutton, sollte der noch rot sein, bitte einmal draufklicken, dann ist er grau. Ich würde mich natürlich freuen, genauso wie über einen Daumen hoch. Wenn ihr dann auf diesen Pfeil gedrückt habt, dann kommt eben die Videobeschreibung, die öffnet sie und gleich ziemlich weit oben werdet ihr dann den Teilnahmelink finden. Mit dem kommt es auf meine Webseite, da findet es dann ein paar Rezepte vor, das sind meine eigenen, die wir dort in zur Verfügung stehen. Ich würde dann gerne von euch haben, dass ihr euch ein Rezept aussucht. So, und wenn ihr das dann gemacht habt, hätte ich ganz gerne von euch, dass ihr da auf YouTube unter dem Video eben einen Kommentar hinterlasst, mit dem Rezept, das ihr bevorzugt. Oder eben zum Beispiel machen wollt ihr mal oder es gemacht habt und begeistert seid ihr davon. Lasst uns das wissen und dann wählt ihr noch ein Paket, das ihr bevorzugen würdet, wie zum Beispiel Paket Wundermix. Das schaut jetzt so aus, ich sage, ihr habt dann einen Kommentar, da steht, Wowkugel Paket Wundermix. Wenn ihr euch für mehrere Pakete interessiert, ist das gar kein Problem. Ihr müsst dann nur bitte auch separate Kommentare schreiben, damit wir das einfach auch dann ausfiltern können bei der Verlosung. Und da schreibt es dann zum Beispiel nur einen neuen Kommentar wieder mit Wowkugel Paket Lucoma. Und so könnt ihr dann auch an mehreren Paketen teilnehmen, aber bitte nicht an einem Paket mehrmals. So ausgelost wird das ganze Gewinnspiel. Also die Gewinner werden am nächsten Sonntag, am 10. November ausgelost. Und ich freue mich jetzt auf alle eure Kommentare, wünsche euch ganz viel Glück und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss. Tschüss. Nein. Tschau. Ah, das war jetzt nichts so scheiß, gell? Nein. Schau, sagst du, dass es gut ist? Nein. Schau, komm. Nein, sagst du. Du sagst ja jedem Paket, wo du hast. Ba, 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 da kommt die Pfüße von unten. Ja, und? Nein, die Reinigungspfüße ist gut. Mein Herr, auf geht's. Komm, das kommt gut rum. Nein, kommt's nicht rum. Alter. Wir haben eine Teesorte, das sage ich auch gleich. Das ist... Warum hältst du nicht weg, wenn wir hier sind? Ich geh gerade hin. Und warum willst du es weg? Da ist mir ganz schön... Nein, bitte sag das Lokal beim Lokomaseer. Auf meinen Kopf. Gibt's? So, da seht ihr jetzt unsere Beine. Nein. Das war jetzt kacke. Da muss ich irgendwas anderes sagen. Ich sage das gar nicht. Nein. Nein, ich sage das gar nicht. Also das dritte Paket nennen wir Claudia. Da unten. Ja, da unten. Nein, du musst den Thermomix nicht machen. Da unten. Sag ja, nimm mal die andere Hand. Da unten. Ja. Echt jetzt. Also da unten. So, Wikin... Hab ich das schon gesagt? Das wissen wir, wie man teilnimmt. Nicht, gell? Das wissen wir, wie man teilnimmt. So. Ausgelost. Verlost. Oder? Werden dann die Gewinner bekannt gegeben. Ja, und... Das ist ja so, dass wir euch ein bisschen zuordnen können. Und dann ist es noch wichtig, dass ihr... Jetzt habe ich den Farben verloren. Nein, das ist ja. Eins, Entschuldigung. Paket eins, Paket zwei oder Paket drei hin. Oder auch Paket eins und zwei oder zwei und drei. Und dann hätte ich ganz gern von euch, dass ihr mir da auf YouTube unter dem Video einen Kommentar hinterlasst, mit dem Rezept, das euch am besten gefällt, anspricht, was ich schon gemacht habe. Oder machen wollt, zum Beispiel. Und eben den Paket, das ihr euch vorzugen würdet. Das schaut dann zum Beispiel aus, man schreibt hin zum Beispiel die Waukugel, Paket eins. Nein! Paket Wundermix. Nicht Paket eins. Paket Wundermix. Warum jetzt nicht eins? Nein! Weil man kennt ja auch nicht aus, was Wundermix eins ist. Paketen heißen, du sagst selber, die Paketen heißen Wundermix, Lucoma und Claudia. Und dann auf einmal heute den Paket eins vor drei. S***. Also scheiße ausgelassen. Soll ich das machen? Nein, ausgelassen wird dann. Ausgelassen wird dann nächste Woche am Sonntag. Dein, so. Das Datum hat's ja. Ich hab's erzählt, ich hab das so. Ich wünsch euch allen ganz viel Glück beim Gewinner und freu mich ab. Schau mal nach, was das für Datum ist, bitte. Ich hab da kein Kalender drauf, Schatz. Tschüss. 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 Nein. No.